Hier fliegt nicht so eine Ampel wo man ewig rumsteht Halt die Goste dahinten Ach da ist ja Kehlen Speicherst du dann in Köln oder? Ne speichere ich ein bisschen Ok 50 eh 3.569 Ich halte mal ein bisschen Abstand ich weiß nicht wo du abbiegst Ja roll noch rückwärts So von rechts Ich habe ja genügend Geld von dem her stört es mich nicht Ach cool keine Strafe Alles klar Ja Außer irgendein Affe fahrt ihr hinterher ne Ach du musst der hat hin Jetzt bin ich in der Safe Zone Jetzt kann ich hier hinter rein fahren oder so Jetzt kehre ich mal hier um ne Mh 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 so ich bleib mal hier stehen und wie viel hast du für die lieferung bekommen das kann in der tat wenn ich rückwärts einparken will dass der mehrere fahrzeuge in mir drin sind das ist so bescheuert und sie nur bei dir drei oder vier punkte dritte so jetzt ich hab 11.000 irgendwas bekommen ok moment donner moment 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 muss ich doch noch mal ein bisschen rückwärts haben bleibt da vorne gerade in der kreuzung stehen oder soll ich einfach fahren achten stehen ja ok so 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 Der eine will es übertreiben, da hinter mir. Ach komm, ich habe das Geld hinter mir. Ah cool, keine Strafe. Wie geil. Keine Strafe. Für die Zeit eher aufholen. So geil, das müssen wir machen. Wie viele Strafen bekommen ist in einer Ampel? Drei Ampeln überfahren, keine Strafe. Ja Tobias, du bist so langsam. 80 darf man fahren. Ich brauche 120. Ich muss bremsen. Wo musst du hin jetzt? Geradeaus. Oh lol, ging aber schnell. So geil. Schleißwerbung mache, grüne Welle. Du kannst ruhig labern, du Affe. Ich habe das komplett abgestellt. Da bleib ich stehen, okay. Bleib am Schild hängen. Ich habe es gesehen im Rückspiegel. Ich habe es gesehen, du bist an einem Schild hängen geblieben. Oh mein Gott. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Tobias, stopp. Du flog fest. Immer noch weiter. Ja, fahr doch. Wie egal. Fahr. LKW ist kaputt. Fahr weiter. Fahr weiter. Oh, geil. Ich habe erst mal gedacht. Oh ja. Der MH macht wieder so standard. Aber hörst du. Guckst du in den Rückspielgeräts? Ach, cool. Das ist ein Schild. Geil. Das ist wie er auf sein Handy guckt. Egal, wer weiter wird. Böser Bub. Ach, Mann. Ich habe einmal auf mein Handy geguckt. Es geht den Busch her und das geht beim Busch achten. Ich habe den Schlag. Geil. Erstmal blässt du. Ich schreib mir damit. Kannst du, wie du noch über 7 Stunden fahrst. Da kommt eine Baustelle, wow, voll die große Baustelle. Also nach der Baustelle fahre ich rechts, ne? Ja. Das ist Bescheid weiß. Ja, ich bin nicht mit dem Spiel, weil LKW kaputt total ist. Okay. WTF, du hast doch nur 48 gehabt. Das ist so unnötig. Ja, warum kriegst du noch 48% schon Totalschaden? Hä? Ne, 78 hatte ich. Ja, aber trotzdem ist das noch kein Totalschaden. Ja, aber ich weiß nicht, ich kann nicht mehr fahren. Nur mache ich es ab 100% Totalschaden. WTF? Okay. Das ist wieder der Multiplayer, der macht wieder was an der Welt. Kannst ja so ein bisschen mit Laber, wenn du willst, ich habe noch über 7 Stunden 22 Minuten fahren. Mal gucken, was so abgeht, wenn es mal News gibt. Wahrscheinlich sieht man eh nur Flüchtling. Terror bei der Stieger wird in Berlin ausgeengelt. Der erste Syrer kommt nach Deutschland. Mann, ich muss jetzt die Leitplanke klutschen, weil der irgendein Spasti mit seinem dicken Anhänger an der Einfahrt oben einfach stehen bleibt. Geil, Alter, jetzt kann ich erstmal wieder... Fuck, schreibt da, wow. Wie war denn eigentlich dein Ostern? Ah ja. Dermaßen viel Besuch, Verwandtschaft Besuch, Verwandtschaft Mess und so weiter und so fort. Ja. Ich habe den LKW-Fahrer gerade beleidigt. Da kommt so eine Schlaufe, man kann hochfahren. Ja, ne. Ich musste echt mit meinem LKW... Jetzt habe ich bei beiden 1%, also 2% an der Fracht, 1% an der Fracht und 1% am Zugwagen. Aus dem Grund, weil der Affe, wo er gerade hinter mir fährt, hier in der Aufnahme, bleibt er gerade direkt in der Kurve, mittel auf der Straße bremst, als ich es links ausweisen musste. Passiert. Oh, jetzt ist er rausgegangen. Oh. Oh. Ich hasse das Spiel einfach. Weil ich habe ja nichts dagegen, wenn die Fahrer ausweisen oder sowas, ne. Aber das ist direkt bei der Einfahrt, bei der Schlaufe, ne, wo man hochfährt, direkt so mittel auf der Straße, oder sprich in der Kurve stehen, dass ich links fast komplette Leitplanke mitnehmen muss, ne. Im LKW und mit dem Anhänger. Oh. 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 Unmöglich. Lah government... Macht. Wort der Vater. Hahahaha. Das habe ich sogar jetzt gehört. Macht. ich nicht gott sei denn eigentlich muss ich morgen aber ich komme ganz einfach nicht ich habe einen termin morgen beim friseur kennst du das gefühl wenn du immer nur sagt es geht zum friseur es geht zum friseur und auf einmal sind zwei monate vorbei heute morgen war richtiges komisches wetter 10 grad 10 grad plus neblick oder so ein bisschen so niesel mäßig also ganz komisch bei euch war vielleicht bisschen sonne oder sonne oder bei euch war ja mehr sonne oder bei uns gar nicht erst so ab der mittagszeit nachmittagszeit so naja ich habe noch über fünf stunden fahrt vor mir euch was geil wäre wenn es noch so eine funktion geben wird dass der lkw nach dem navi geht also selber lenke tut selber das tempo einstelle tut dann kannst du derzeit essen aufs klo gehen und alles ist ja nicht so dass es genug zurückgebliebene leute gibt am besten sind die leute wo sagen die allerbeste sind absolut richtige profis ich habe richtig viel platz momentan richtig viel platz du bist keine 15 es werden alle reportet wie ihre gesichter nur zur hälfte bezeichnet also hier wieviel haben wir eigentlich gar ich habe 20 ok zeit gibt warte mal sechs ich bin noch eher ein ohrlack ich habe vor ich habe der maß noch voll fünf stunden habe ich fahrt noch vor mir 306 kilometer bin mal gespannt wie morgen das tuning treffes laufen soll also bis jetzt haben fünf ok knapp fünf oder sechs leute zugesagt und der recht weiß ich noch nicht ob die kommen und viele haben rumgeheult man machte die tuning treffe auf der ps3 da habe ich gesagt einfach nur ich würde es mir ich werde vielleicht das machen aber nicht fällt du merkst du selber geht ja wie sie momentan auf der dreier back ne grafik fehler und und die gebäude bauen sich einfach nicht auf und ich habe irgendwas mitbekommen ist zu tun die irgendwas irgendwas haben sie doch mal gesagt dass die playstation 3 network oder sowas einstellen wollen oder sowas glaube ich auch nicht dass sie das machen da sind ja gezwungen die anderen gamer eine ps4 zu holen also mir ist es egal ich spiele auf beiden konsole wenn ich ab und zu keinen bock auf gta auf der vierer habe oder anderes dann spiele ich mal modern warf 2 oder dreimal auf der ps3 oder sowas und was machst du jetzt noch so die vier stunden und zehn minuten ich würde es natürlich hatten weil ich lasse jetzt einfach mal durchlaufen aber ich fahr jetzt mal hier rechts ran weil ich kurz aufs klo muss so alle habe ich gleich ne ich lass den ich lass ich alle